Was ist das denn für ein Fraß hier? Ich wollte ein Rumsteak. Du kriegst ein Rattensteak wahrscheinlich da drin. Aber du hast irgendwie eine Rübennase, also ehrlich, so richtig. Ich wollte nur, erstens weiß ich ja, was mit beiden Charakteren passiert und deswegen wollte ich dir das gönnen, dass ich den jetzt wieder spiele. Komm ich hier nicht raus oder was? Und zweitens wussten wir ja, dass der andere Typ älter ist. Also musstest du den natürlich spielen. Willst du was auf die Fresse oder was? Ihr gehört verbessern, ja. Ach, den Typen mag ich. Nervt mich nicht, wenn ich hungrig bin. Das kann ich absolut nachvollziehen. Hi, ein Rumsteak bitte, mit Pellkartoffeln. Unser Zicky vor allen Dingen, ne? Du Arschloch, hast du das Essen weg, oder? Oh, der hat ein Messer. Achso, eh. Mann, ich bin hier am blocken. Du kannst dich aber auch nicht weghalten hier irgendwie, ne? Ey, du hast mir das Tablett in den Nacken geborgen. Wieso dürfen die einfach so da reingehen und da mit Messern rumhantieren? Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Ach, du musst immer ausweichen, da musst du Sachen benutzen. Ich konnte ihm die Bratpfanne durchs Gesicht hauen. Ich bin gut. Weißt du jetzt, was ich meine mit den Gendarmen? Also ich bin ja nicht für Gewalt, aber da kann ich verstehen, warum sie so agieren. Hi, Baby. Willst du mir ne Spritze geben? Ich dachte gerade, was machst du denn, da packst du eh unter den Rock, oder was? Ja, weißt du, ich bin schon sechs Monate hier drin, ne? Irgendwann muss ich doch wieder anfangen. Ja, 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 danke. Hey, Schlucki. Listen, danke. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Ah, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, 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 wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, all right. I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Okay. I'll distract the nurse. Just watch out for her. Ähm, wo ist denn die? Ja, ich hol die doch. Ich hab das Block geholt. Achtung. Ich muss erst mal ins Bett gehen. Hi. Nein, die kommt zu mir. Ich hab die gerufen. Guck mal, meine Bettdecke ist erhöht. Ja, an den Füßen. Wo muss ich denn hin? Da hinten sind zwei Wachmänner. Kann ich nicht rum? Äh, Werkzeug holen? Ja, ja, du musst Werkzeug holen. Ja, aber ich muss an ihm vorbei. Geht der auch mal woanders hin? Hallo. Ich kann mal aufstehen. Jetzt. Du musst was unternehmen wegen der Wache. Schau mal aufstehen. Ja, du kannst doch, kannst du da nicht vorbei jetzt? Die, die, die sieht dich doch nicht. Ja, aber er sieht mich doch. Der guckt doch direkt auf mich. Ah, okay. Komm, geh. Los. Junge, geh weiter. Jetzt geh. So geht der nicht. Merkzeug stehlen. Boah. Fällt dir auch gar nicht auf, dass da hinten was, äh, im Bett, äh, frei ist. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich muss erst mal gucken, was der Typ jetzt macht hier. Ich hoffe, die sieht mich jetzt nicht. Ja, ich habe dieses schwebende Hügel. Ich meine, es ist nur... Ich sehe Flasche hier. Ist es etwas, was du mir für ihn kannst? Ich kann sogar meine Augen öffnen. Es tut mir wirklich schlecht. Okay. Ich gebe dir ein paar Pfeile an Wasser. Okay, ich habe es sehr geehrt. Kannst du da rein? Lauf! Lauf! Geh ins Bett! Los! Ich habe den Schraubenschlüssel. Äh, oder was auch immer der genommen hat, ich habe gar nicht drauf geachtet jetzt, aber... Ach, ne, das war eine Pfeile. Hey, was bist du da? Nichts. Wir gehen. Ja, sicher. Damit können wir die Gitterstäbe durchfeilen. Ja! Ist auch eine Metallpfeile, oder? Mhm. So, wass your plan? Entschuldigung? Ich weiß, was du steht. Ich weiß, was du steht. Ich weiß, was du sprachst. Komm jetzt. Ich weiß, was du getan hast. Das war's noch nicht. Ich habe ihn jetzt. Ich habe ihn nicht. 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 Ja? Nicht mein Problem. Ich bin nur für meine Hilfe, hier. Du wißt du was? Ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich selbst behandeln. Ja? Wie du in der Infirmary gemacht hast da? Du willst du lustig sein? Nein, ich bin nicht. Hör, ich bin ziemlich in auf das. Ich versuche dich verstehen, dass du wirklich mit meiner Hilfe kannst. Wie ich gesagt habe, ich kann mich selbst behandeln. Was für Harvey, dann? Was du wissen, von Harvey? Wer warst du mit? Die Stücke sind hier drin. Am ich zu glauben? Ich sage, dass du und ich etwas in common haben. Wir beide wollen ihn sterben. Du wirst nicht so viel über mich, Mann? Vielleicht nicht. Aber Harvey hat jemanden sehr nahe zu mir. Mit oder ohne dich, ich gehe nach ihm. Aber ich bin ziemlich sicher, dass unsere Chancen viel besser wären, wenn wir zusammenarbeiten. Und du kennst das. Sag ja. Ich bin immer dabei. Sag ja. Wozu? Nicht du, ich soll ja sagen. Ja, du sollst ja sagen, ja. Ich bin immer dabei. Ja. Das ist mein Plan, und ich will entscheiden, was geht. Du hast das? Ja. Was auch immer du sagst. Ich meine es, Mann. Du schaust das, ich werde dich selbst töten. Ja, ich verstehe. Also, was ist dein Plan? Du wirst du schnell wissen. Du wirst schnell. Du wirst schnell weg. Hey Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out, together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. It did help out. A little bit. Vincent, a little bit. Right. Fred, got a minute? I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's going to cost you. You know, I'm good for it. Just get me up there. Da liegt sie. Die bekehrte Pfeile. Die Pfeile des Grauens. Hey, Fred. What's up? Oh, good. What do you want? We've got a couple of workers here. We need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we can figure something out, right? I guess we could use a few extra hands around here. So. Die Frage ist jetzt nur, wie. Ähm. Ja. Come on, Leo. I don't have all day. Sure. Just give me some time. Where is that thing anyway? Over there. How the hell are you gonna get up there? Das ist die Frage. I just need to distract that guard. Then we'll be up there in no time. Yeah. And how are you gonna do that? Because I ain't doing it. That's for sure. Don't worry about it. I'll take care of you. Yeah? I don't know. I'll take care of you. Right? Now there I'm going to go away from you. Oh, man. Das war eine Wache hier hinten, ne? Musste ich nicht irgendwie komplett auf der anderen Seite da hoch? Ja, irgendwie müssen wir doch das, äh, ja, aber... Warte mal, hier ist ein... Ein Fischmopp. Den kann ich noch... Den kann ich noch anquatschen. Hey, Mann. Es sieht aus, wie du einen Platz verpasst. Ja. Kann brechen? Seems like I have. Thank you. You're welcome. Ja, wahrscheinlich kannst du es kaputt machen, damit du irgendwas machen kannst damit. Guard! My broom is busted. Yeah. Okay, aber wo kriege ich jetzt einen neuen Besen her? Ja, wie denn mit dem Besenstiel hier? Junge Mann. Hey, mach ich aber nicht. Ach, du musst kommen. Du musst kommen. Aber dann musst du hoch. Muss ich den dann auch nicht auch kaputt machen, oder was? Jetzt soll's rüberkommen. Ja, ich komm ja schon. Bevor die Wache wieder da ist. Ich kacke ja gerade in der Hinten. Hinten an der Ecke. Komm, Schätzlein. Stell dich mal auf meine Schulter. Komm her. Komm her. Stimmt. Letztes Mal warst du's, glaube ich, mit dem Besen. Ja, ja, ja. Ja, bin ich da hochgeklettert. Aber wir müssen... Ne, 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 ne. Oh, was machst du denn? Der ist doch... Ich muss nochmal einen brechen, wahrscheinlich. Ja, 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 warte mal. Ja, die sehen mich doch nicht. Oh, Schätzlein. Die Wache gestraut in meine Richtung. Ah, der kommt jetzt hier rüber. Nee, also ich kann... Warte mal, ich kann nur noch mit dem Besen arbeiten. Kann ich... Kannst du die Wache ablenken? Kannst du die Wache einstellen? Boah. Meisten zu ver... Ja, aber... Welche denn? Die hier? Ja, ja, den kann man doch sprechen mit der, oder nicht? Hi. Es ist heiß wie hell hier. Du sagst mir, ich bin Mann. Diese Uniform macht mich schweigen wie ein Päck. Jetzt trägst du auch die Uniform. Vincent... Komm mal wieder zu der Tür. Komm mal zu der Tür. Ah, nee, die ist... Ja, ja, die ist komplett. Die hat aber ein Schloss dran. Das ist das... Aber kann ich das eventuell aufknacken? Mach mal, ja. Das hört ja auch keiner. Ich hab eben schon gedacht, das hört ja auch keiner, wenn du da durchbrichst und alles und da runterspringst. Du musst es jetzt zu Fred bringen. Achso, das ist der Typ, okay. Der macht jetzt scheiße damit. Ja, der rubbelt sich vielleicht einen oder so. Und da geht es um... Und da geht es um... Das ist der Typ. Das ist der Typ. Vielen Dank.